Heute dreht ihr euch mit einer kleinen Wandergruppe durch die Wälder. Ich habe euch mitgenommen und die besten Momente zusammengepackt. An einem Hauptbahnhof bedann unsere Reise um 8 Uhr, bis wir wieder ausgestiegen sind, ist ca. eine Stunde verdannen. Als wir endlich vor Ort waren, konnten wir durch die schönen Sonnenstrahlen trotz der Kältegefühl wandern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Langsam hatten wir alle Hunger und haben in ein Restaurant etwas zu sich genommen, Ich war über meinen Kürtelblö ein wenig enttäuscht, aber man konnte essen. Und nun weiter in The Pack. Nachdem wir gedessen haben, habe ich nicht mehr viel aufgenommen, weil einfach viel Wälder und Personen zu sehen waren. Und Musik 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 Amen. Musik Damen und Herren, das war unser kleiner Ausflug. Äh, ich hab euch hier hin und wieder was eingeblendet. Ähm, ich hab relativ wenig besprochen, ja, ich geb zu. Aber ich hab hier nochmal ein bisschen, äh, vertont. Und ich hoffe, euch hat echt gefallen. Ähm, ich sag damit, ich würd vielleicht noch öfter noch solche Videos kommen, wo ich vielleicht auch mal alleine sein werde. Damit in dem Sinne sag ich erstmal einen schönen Abend. Macht's gut. Bleibt gesund. Glocke aktivieren. Und ein Abo da lassen. Danke. Schönen Tag. Tschüss. Schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020